Heute sind wir auf den Spuren eines alten Truppenübungsplatzes mit Tower. Machen wir uns ähnlich wie Fotos. Das ist doch recht groß. Was ist denn das denn? Das wird ja auch komisch. Was ist denn noch ein Dinger hier? Ja vielleicht wisst ihr genau was das war für was es genutzt wurde. Was ist denn noch ein Dinger? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Einfach abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Schöner Sinterkloch Schöner Sinterkloch Schöner Sinterkloch Ich habe schon gesehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.